Guten Morgen, Mattes. Hi. Guten Morgen, Esther. Schön, dich zu sehen. Ebenso. Danke. Wir beide haben uns das letzte Mal in Berlin gesehen, beim großen Finale. Und verlosen heute zusammen den Gewinner eines wunderbaren ABC-Sets. Ja, korrekt. Richtig. Genau. Das ABC-Set bestehend aus einer Xtreme-Flosse, die man im Hintergrund sieht, in rot gehalten, in der Mitte von der Flossenwand und dann mit einer X-Vision kombiniert und einem entsprechenden Rebel 3-Schnorchel. Wir haben diese Produkte ausgewählt, wenn man diese Produkte in entsprechenden Farbkombinationen gut zusammenstellen kann. Und wir müssen dann natürlich von der Gewinnerin oder von dem Gewinner wissen, welche Flossengröße wir denn dort zur Verfügung stellen dürfen. Ganz kurz zu den Produkten. Die Xtreme, wie man hinten sehen kann, die in rot gehalten, ist eine sehr, sehr leichte Flosse, die sich sehr, sehr gut zum Reisen anbietet. Die X-Vision-Maske ist eine Maske mit einem schönen, weichen, sogenannten Liquid Skin Silikon und einem großen Maskenkörper. Hat eine sehr, sehr gute Passform. Und der Rebel 3-Schnorchel ist ein Schnorchel, welcher mit einem Ausblasventil und einem sogenannten Spritzwasserschutz versehen ist. Und die gibt es in sehr, sehr vielen schönen bunten Farben. Und wir versuchen dann natürlich dort die Farbkombinationen entsprechend so zu gestalten, wie die Gewinnerin oder der Gewinner sich das wünscht. Perfekt. Das heißt, wir können eine Anpassung von den Farben haben und eben auch eine Anpassung von der Größe jeweils. Ja, korrekt. Da gehen wir voll und ganz auf die Wünsche der Gewinnerin oder des Gewinners ein. Wunderbar. Dann ziehen wir mal denjenigen. Okay. Gewonnen hat die Elisa Greiner. Super. Von unserer Seite herzlichen Glückwunsch für diesen Gewinn. Elisa, das wird dann mit Sicherheit ja keine schwarze Farbkombination werden. Wir werden uns überraschen lassen. Ihr sagt uns einfach bitte Bescheid, wie sich Elisa entscheidet. Und dann können wir Elisa auch sagen, wann alle Produkte zur Verfügung stehen. Und von unserer Seite aus wünschen wir Elisa mit diesen Produkten viele schöne und richtige Tauchgänge. Danke, Mathis. Danke auch ans ganze Team zur Verfügungstellung der ganzen Produkte. Ich danke dir. Gerne, Esther. Einen schönen Tag noch. Tschüss. Bitte ich dir auch. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.